Mit HEROS Konstruktor entstehen aus Schrauben, Muttern, Klötzchen und Rädern die unterschiedlichsten Objekte wie Flugzeuge, Tiere, Kräne, Windräder und vieles mehr. Die einzelnen Elemente werden mit dem beiliegenden Werkzeug entweder nach freier Fantasie oder anhand der Aufbauanleitung Schritt für Schritt zusammengebaut. Das Zusammenfügen macht riesen Spaß und fördert und schult das räumliche Denken und die Feinmotorik. Mit den verschiedenen Konstruktorsets, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen, werden Kinder jeden Alters angesprochen. Konstruktor – nur von HEROS